Hallo Wild One, willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Untamed. Ich bin Sabine Spallek, der Host dieser Show für ungezähmte Lebenskonzepte, für Untamed Business, for a lot of rebels, for the wild ones. Dann bist du hier genau richtig. Und in dieser heutigen Podcast Episode geht es darum, to give a fuck, to give a fuck about what other people think. About you, about your lifestyle, about your business und wie viel Freiheit und Peace dir das bringt. Wenn du dir genau das erlaubst zu sagen, I don't. Nicht I don't care, I don't give a fuck. Und das nicht heißt, dass du ein Arschloch bist und dass du rücksichtslos bist. Das heißt einfach, dass du radikal ehrlich bist zu dir selber und zu diesen anderen Menschen. Und dass das nie unhöflich sein kann. Und das mal zu überdenken, dieses System, dass wir Dinge für so und also auf verschiedene Art und Weise Dinge in unserem Leben sowieso tun. People pleasing für andere Menschen, um anderen Menschen recht zu machen, um irgendwo reinzupassen. Und besonders in diesem Business-Kontext. Ich mache diese Arbeit als Business-Mentoring zum Beispiel seit über drei Jahren. Ich habe so unendlich viele Frauen schon begleiten dürfen und dort auch erleben dürfen, wie viele dieser Frauen sich, ja, das noch nicht verinnerlicht haben. Die so sehr ein Leben leben oder beziehungsweise ein Business kreiert haben oder ein neues Business starten, was so sehr begrenzt und limitiert ist. Aufgrund von was könnte Tante Jutta denken? Was könnte meine alte Chefin von mir halten? Was könnte mein altes Tinder-Date von mir halten, dass ich jetzt mich selbstständig mache? Oder dass ich über Tantra rede? Oder dass ich in dem Mikro Fuck und Scheiße sage? Oder meine, die Fotos, die ich eigentlich machen möchte zu meinem Business-Foto? Ich habe Angst, was andere Leute dann von mir denken. Sie denken, es ist nicht professionell. Diese Liste kann ich eh tiefig weiterführen. Ich habe in diesen drei Jahren mit so unterschiedlichen Mindfucks miterleben. Sie sagen, ja, dürfen. Und die Frauen dadurch begleiten dürfen, sie darin zu halten und das zu transformieren und zu sagen, I don't give a fuck. Ich mache es dennoch. Es ist scary und so sehr, aber zu wissen, wie viel Wachstum und Freiheit und Peace darin liegt, dich selber auszudrücken. Dass du das deiner Seele schuldig bist, dich, also deinen Weg zu gehen und zu sagen, fuck it, was die anderen Leute davon denken. Und das ist nicht etwas, was von heute auf morgen sofort bei jedem so einfach von über Nacht passiert. Und dass du dann, ja, dir gar keine mehr Sorgen darüber machst, sondern zu verstehen, dass es eine Entscheidung ist in jeglichen kleinen Momenten. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du dir erlaubst, zu einer, sagen wir mal, zu einer alten Beziehung oder Freundschaft, die du in deinem Leben hattest, wo du vielleicht nur aus Pflichtgefühl immer Ja gesagt hast, zu den Klassentreffen oder zu gewissen Familienveranstaltungen hinzugehen aus purem Pflichtgefühl. Was überhaupt nichts mit Joy zu tun hat. Dass du anfängst, da Nein zu sagen. Dass du sagst, nein, ich möchte nicht, ich kann nicht. Und das auszuhalten und zu sehen, die Welt geht nicht unter. Deine Grenzen zu setzen und sie zu halten. Aus der Liebe und Selbstfürsorge dir selber gegenüber. Aufgrund von deiner, diese drei Ressourcen, die allerwichtigsten Ressourcen, die jeder von uns hat. Alle. Und du entscheidest, für wen du, also wem du diese gibst. Und ich rede hier von Zeit, von Energy und ich rede über Geld. Das sind die drei Ressourcen. Und die jeder von uns hat. Ja, auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Beispiel eine alleinerziehende Mutter hat nochmal ein anderes Level an Energy und Zeit. Oder jemand verdient 30.000 und der andere verdient 2.000 im Monat und hat eine andere Ressource, die Kapazität an Geld. Aber dennoch sind das so diese drei Grundpfeiler, die jeder von uns hat. Das heißt, choose, also wähle, wähle sorgsam, wem du diese Ressource zur Verfügung stellst. Und besonders in diesem Business-Kontext zu gucken, je mehr du ja zum Beispiel deine, diese Ressource an Zeit und Energy zum Beispiel an Sachen abgibst, die du für dich brauchst, für dein Business, um dein Business wachsen zu lassen. Dass du nicht mehr, zum Beispiel weniger Freitag, Samstag saufen gehst. Dass du nicht mehr, wie vielleicht wie früh oder gewohnt, ein, zweimal im Monat fette Shopping-Tours mit deinen Girls, mit deinen Ladies gemacht hast und sagst, nein, meine Priorität an Bezug auf Ressource, Geld und auch Zeit. Ich mache das nicht mehr, Leute. Mir ist gerade wichtig, mein Business aufzubauen und das Geld in mich zu investieren, in mein Business. Und das kannst auf alles Mögliche ausweiten. Und du kannst dir zum Beispiel eine Liste machen. Eine Liste machen für, in Bezug auf Familie, Freunde, auf all diese unterschiedlichen Lebensbereiche und da mal zu gucken, okay, was sind da für, also wo landen da überall Sachen, die du erstmal, die du nicht so gerne machst, zum Beispiel, die du blöd findest, die du kacke findest. Oder wo du sagst, okay, hier stelle ich die in Frage, weil das nicht mein, nicht Joy zum Beispiel ist. Oder deine Priorität hat sich verändert. Zum Beispiel sagst du, du findest das Shoppen, zwar hast es halt mehr Freude gebracht mit deinen Ladies, aber du hast vom Mindset her, deine Intrins, also deine Motivation hat sich verändert. Dass du sagst, okay, es macht mir Freude, aber gerade ist meine Priorität, ist mein Business, meine Ressource, Zeit und Geld dort zu investieren. Dir all diese unterschiedlichen Säulen halt anzugucken und zu schauen, okay, was kann ich davon streichen und zu sagen, I don't give a fuck. Ich werde das nicht mehr entertainen. Ich werde das nicht mehr unterstützen und werde meine Ressourcen, Zeit, Energy und Geld, was vielleicht können es auch alle drei sein oder eine dieser Ressourcen, werde ich dort nicht mehr investieren. Ich werde das nicht mehr bespielen. Und ich werde dir in in dem Sinne dann diese Ressource wieder für mich zurückholen, die ich wieder mehr für mich habe und dann ich investieren kann in die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und in diesem Business-Kontext, wenn es um dein Personal Branding geht, wenn es darum geht, ein Business zu kreieren, was nicht für irgendwen anders ist. Dass es nicht darum geht bei deinem Personal Branding, dass es nicht darum geht, in den Markt reinzupassen. Dass es nicht darum geht, proper seriös zu sein. Dass es nicht darum geht, andere Menschen glücklich und happy zu machen, sondern ja, der Hauptfokus ist, dass du eine verdammt geile Zeit hast. Du sollst ein Business kreieren, was dir ein fettes Grinsen jeden Tag auf dein Gesicht zaubert. Und das ist vielleicht alles andere, was dir vielleicht irgendwelche klassischen, vielleicht andere Business-Mentoren dir erzählen. Und ich sage genau, das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, dass du eine verdammt geile Zeit hast. Und das heißt nicht, dass es da nicht mal Dinge gibt, die anstrengend sind und die herausfordernd sind. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber diesen Fokus darauf zu legen, wenn du dein Personal Branding kreierst, wenn du dein Online-Business kreierst, dass du anfängst, wirklich darauf zu hören, was du deiner Seele schuldig bist. Dass du darauf hörst, was deine Seele tanzen lässt. Dass du Inhalte kreierst, die, wenn du dir die selber anschaust oder selber anhörst, was immer, also welche Art von Inhalte du kreierst, und das anguckst und denkst, yes, I like that. That's me. Hier habe ich, hier habe ich einen Teil, einen Teil von mir, einer meiner, hier ist my inner muse, habe ich hier reingegeben. Hier habe ich mich nicht abgeschnitten. Hier habe ich mich nicht irgendwo reinquetschen lassen. Und ich habe schon mal in der Podcast-Episode erzählt, dass ich auf unterschiedliche Art und Weisen, wenn ich so auf meine Selbstständigkeit zurückgehe und das mittlerweile über zehn Jahre Arbeits-, Lebenserfahrung, unter selbstständig zu sein, zurückblicken darf, dass es sich so, wie ich mein Business jetzt gerade führe, so unfassbar, also ein neues Level an Untamed ist. Und viele würden denken, dass ich das schon immer so gemacht habe, dass ich schon immer so war. Und sagen, ja, Anteile definitiv. Ich bin vom Astrology-Sign, ich bin zwar Fische, aber habe zum Beispiel zwei, ich habe Aries in Mars und in Venus. Also ich habe a lot of fire in my system. Und auch Generator im Human Design und Root-Chakra, also genau, Sakral-Chakra. Ich bin, habe sehr viel Feuer in mir und habe da eine wundervolle, dauerhafte Ressource. Und grundsätzlich, aufgrund zum Beispiel meiner Aries in meinem Chart, habe ich ja in meinem System schon, I don't care, was groß andere über mich denken. Zum Beispiel habe ich See You Soon gestartet damals. Mein erstes Personal Branding war damals ja der Surfblog, Surfcontent. Und ich habe das gestartet, obwohl ich gerade mal gefühlt oder überspitzt gesagt 30 Stunden Surfen war. In Frankreich, Dänemark und auf Fuerteventura. Das war's. Und dennoch habe ich mir erlaubt, so I don't care, was andere Leute von mir denken, dass ich zu, ja, zu sehr Rocky bin, zu sehr Anfänger bin. Was erlaube ich mir, über Surfen zu schreiben? Dass ich gesagt, I don't care. Fuck it. Ist mir total boogie, ist mir total egal, was andere Leute auf der Surfszene denken könnten, dass ich darüber schreibe. Was ich mir rausnehme. Und dennoch hatte ich zum Beispiel eine ganz, ganz krasse, eine andere Art von Limitierung, wie ich zum Beispiel auftreten muss oder aussehen muss, als ich auch mein Freelancen angefangen habe. Also ich habe ja immer mein Personal Branding gehabt, my passion. Und hatte aber ganz viele Jahre ein Side-Hustle. Also ich war PR und Vertrieblerin. Bin eine Sales-Sau für um Herrn. Und da habe ich zum Beispiel mich sehr in der Form, im Personal Branding war ich schon immer sehr, sehr frei, sehr untamed. Und wie sehr ich mich aber begrenzt hatte damals in der Form, wenn es um das, ja, sagen wir mal, serious Freelancing geht. Da habe ich nämlich damals eine Website kreiert und mit Fotos, die auf dieser Website waren, im hanseatischen Blazer mit verschränkten Armen vor der Brust. Ich habe das mal auf Instagram geteilt. Findest du, glaube ich, sogar noch in den Highlights. Also check it out. Das Bild, weil ich dachte, so muss ich aussehen. So muss ich wirken, um Menschen anzuziehen, um seriös zu wirken, die Geld haben. So muss ich auftreten. Und dabei hatte ich Curly Haars, eine Kurzhaarfrisur, hatte Baggy Pants an und Sneakers. Und die, also ich habe diesem Bild nicht entsprochen auf dieser Website. Das war nicht ich. Ich habe gedacht, so muss ich auftreten. Und habe mir damit grundsätzlich eigentlich nur das eigene Fleisch geschnitten. Das heißt, ich habe Menschen angezogen, mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten wollte. Ich habe mich selber, ja, all die Anteile, die ich eigentlich wirklich war, all das von mir abgeschnitten, um selber irgendwo reinzupassen. Und das kann gut gehen. Das heißt, ich habe ja auch, ich habe Kunden angezogen. Ich habe sehr lange als Freelancer in dem Bereich im Vertrieb, im Sales gearbeitet. Und dennoch, also das heißt nicht, dass es grundsätzlich schief gehen muss. Aber im Long Run, im Long Run, dass es für uns auf unterschiedliche Art und Weise, also wirklich im Business nicht gut funktionieren kann, weil du halt dann Glitch, also wie so ein Glitch in einer Matrix, weil wenn du halt dann, zum Beispiel kam ich bei den Terminen, wenn ich diese Kunden besucht habe oder so, oder wenn ich mir die am Telefon hatte, mit meinem ungezähmten Lebensstil, wie hey, ich lebe aber auf Bali oder ich komme nicht zu Ihnen in Ihr Office. Und all diese ganze Freedom, all das Ungezähmte habe ich ja dann noch gelebt. Hätte ja genauso Leute tierisch abschrecken können, weil ich halt auf dem Foto war es diese seriöse Frau im hanseatischen Blazer. Wo ist die denn die, die genau aber auch dieses Leben lebt? Also im Grunde habe ich, war das kein Match. Also meine Website sah großartig aus, professionell. Das war von außen war alles da. Aber in keiner Art und Weise war da eine Brand Identity hinter. Das sah im Außen erst mal perfekt aus, professionell, aber hatte nichts. Ich habe mich also damals in dieser Zeit, und da reden wir von 2016, als ich diese Website und das Freelance und den Gründerzuschuss und das alles beantragt hatte und diesen Weg mit dem Side Hustle damals noch gestartet hatte, als Freelancer, hatte ich keine Ahnung damals noch von dieser Power auch. Dass ich meine, all diese Brand Identity, die ich ja in dem Sinne eigentlich bei See You Soon ausgelebt habe und gefühlt habe, habe ich gedacht, das kann ich bei dem Freelancen ja nicht machen. Sehr interessant, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke. Weil ich habe es ja bei meinem Surf-Thema, habe ich es gemacht, aber mir nicht erlaubt. Und ich dachte, ich kann das nicht ausleben, wenn es darum geht, wenn ich B2B-Kunden haben möchte, also Modebrands, Verlagshäuser, das waren so die Hauptkunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Für die muss ich anders auftreten. Dafür muss ich irgendetwas abschneiden. Und ich weiß, dass viele von euch das haben, dass sie sich das auch bei ihrem Personal Branding erzählen, dass gewisse Dinge nicht hier gehen. Und ich habe auf so verschiedene Art und Weise immer weiter dieses geshapt, mich selber aufgerüttelt. Okay, wie will ich das machen? Immer wieder gefragt. Okay, was immer mir Leute erzählen oder mein Mind auch wieder reinkickt. Okay, so und so hat das auszusehen. Ja, Moment mal. Sehe ich das so? Will ich das glauben? Bin wirklich ich das? Und das sind Fragen, die tief gehen und die nicht von heute auf morgen zu beantworten sind, die geprocessed werden dürfen. Und meine Kunden, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Teil mit meinen Mentees, wo man, wenn es um diese Positionierung geht, wenn es darum geht, wer sind sie wirklich, um ihre Brand Identity geht. This is a very, very deep inner work. Und die meisten haben diese Arbeit vorher nie gemacht und haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Und die ist so unendlich wichtig. Denn wenn du das einmal auch gemacht hast, das heißt nicht, dass sich das nicht verändern darf. Das heißt aber, wenn wir das zum Beispiel, also wenn ich diese Arbeit mit meinen Mentees mache, die werden das, in den nächsten fünf, sechs Jahren wird sich ihr Business von meinen Mentees hundertprozentig ihr Business verändern. Das hoffe ich sogar. Das sollte es sogar. Aber wir haben, dadurch, dass wir diese Arbeit einmal gemacht haben, wissen sie, sie haben diese Tools an der Hand, welche Fragen sie sich stellen müssen. Wie sie diesen Prozess, wie sie sich selber halt dann da durchguiden können, wenn sich zum Beispiel ihr Branding verändert, wenn sich ihre Themen verändern, ihre Kunden verändern. Dass es eine Ressource ist, die wir im Mentoring zusammen besprechen, die sie gelernt haben, die sie integriert haben, dass es ihnen für die nächsten Jahre, für ein ganzes Jahrzehnte nützlich sein wird für all die weiteren Facetten, wie, in welche Richtung sich auch ihr Personal Branding verändern wird. Und das ist die deep, deep shit. Und die meisten trauen sich das nicht. Weil es halt bedeutet, mit anderen Leuten anzuecken. Das bedeutet, dass andere Leute dich ablehnen. Das bedeutet, dass du eventuell Familie oder Freunde verlierst. Das bedeutet, dass vielleicht andere Leute aus deiner Szene, aus deiner Branche über dich reden. Und dir entfolgen, sich über dich lustig machen. Und all das auszuhalten, ist halt mega uncomfortabel. Und kann Angst machen, richtig Angst machen. Und kann dein Nervensystem komplett in Alarm versetzen. Und ich glaube, dass das unausweichlich ist. Besonders in dieser heutigen Zeit, in der heutigen Zeit 2023, wo so viele Leute auf dem Markt sind. Wo so viele Leute online unterwegs sind. Wo so viel Außenlärm ist. Also so viele Dinge auf uns einprasseln. Und alles gleich aussieht, Leute. Dass so viel gleich aussieht und wir so unendlich gelangweilt sind von Sachen, die wir sehen. Und dass es umso wichtiger wird, diese Arbeit zu machen. Mehr drauf zu scheißen, was andere Leute von uns denken. Und dass es das größte Geschenk ist an dich selber und an dein Business, wenn du diese Arbeit machst. Und immer mehr herausfindest, was für dich Untamed bedeutet. Welche Produkte du kreieren willst. Wie du dich ausdrücken willst. Wie du dich zeigen willst. Wie dein Copywriting ist. Und so weiter und so fort. Und dazu lade ich dich an dieser Stelle ein. Ich habe noch für dieses Jahr weitere Plätze für mein One-in-One frei. Also check it out. Schau mal unten vorbei. Da findest du in Shownotes den Link zu meinem Kalender. Dann buchen wir einfach einen Call. Dann lernen wir uns kennen. Und du erzählst mir von deiner Situation. Von deinem Wunsch. Von deinem Business. Was du vielleicht verändern möchtest an deinem Business, wo du stuck bist. Und wir schauen, ob wir beide ein Match sind. Und ob ich diejenige Frau bin. Ob ich die Mentoring an deiner Seite bin, um dich da aus dieser, um den, um the wild one, um the wild one zu aktivieren. Um dich aus deinem Käfig rauszulassen. Und dein ungezähmtes Business für dich zu kreieren. Und passend zu diesem Thema möchte ich noch zwei Sachen für dich empfehlen. Und zwar ist das einmal ein Buch und ein TEDx Talk von derselben Frau. Und zwar ist das Sarah Knight. Die hat diverse Bücher geschrieben, genau darüber. To don't give a fuck. Und mit diversen weiteren Tools und Hilfen, wie du das für dich anwenden kannst, für dein Leben. Unten hat ein TEDx Talk auch dazu gemacht. Verlinke ich dir die Bücher dazu und auch ihren TEDx Talk unten in den Shownotes. Also check it out. Absolut empfehlenswert. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Podcast-Episode von Untamed. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Podcast-Episode 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 Vielen Dank.